Diablo 4 Open Beta Ich zeige dir mal ein Foto ein, das war so ein großer Drache, ich weiß nicht ob das vielleicht jetzt am Wochenende jemand anders ist, aber sollte man auf jeden Fall mitnehmen, weil es da ganz wichtige Items gibt, die dort droppen. Ich zeige euch das gerade mal, wenn ihr bei dem Juwelenschmied seid, dann habt ihr die Möglichkeit einen Sockel in euer Item reinzupacken und das ist, benötigt ihr ein Item, was ihr nur von diesen Weltenbossen bekommt. Wenn ihr hier Sockel hinzufügen geht und dann auf eine Waffe oder einen Gegenstand, dann braucht ihr ein zerstreutes Prisma und da steht auch schon, diese seltenen und von ihren einzigen bisher gehorchenen Prismen werden oft sorgfältig gehütet. Ein mysteriöses Prisma, das sich oft in überaus großen Körpern finden lässt, beispielsweise in denen von Weltbossen, da sagen die das auch schon mit den Weltbossen. Der Weltboss, der spawnt immer im, wer ist denn das Gebiet hier? Hier auf jeden Fall, in diesem Gebiet, ich zeige euch mal gerade die ganze Karte und dann in diesem Bereich spawnt der Weltenboss. Das ist an diesem Wochenende am 25. März um 19 und um 21 Uhr. Wir hatten am letzten Wochenende am 18. eine halbe Stunde Verspätung, deswegen war der eine halbe Stunde später. Das kann also jetzt auch vorkommen. Seid einfach um 19 und 21 Uhr hier in dem Bereich und wartet bis der Weltenboss spawnt. Und am 26. März morgens um 8 Uhr und um 10 Uhr. Ich werde das Ganze sowohl am 25. als auch am 26. komplett streamen. Da können wir auch gerne zusammen eine Gruppe machen und zusammen dort den Boss machen. Ich höre mal eben den Chat hier aus. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Eine andere Sache ist, es gibt auch andere Weltereignisse. Ich habe heute eins gehabt, in diesem Bereich hier. Das war auf Level 30, war also echt bockschwer. Und dann kommt hier einfach so ein Zeichen. Ich habe da auch Video-Footage, ich blende das mal hier ein. Kommt hier ein Zeichen und dann könnt ihr hier so ein Weltenereignis machen. Ich weiß nicht, ob die überall hier in der Welt, ich meine das ist ja nur Akt 1, das wird bestimmt später auch noch überall vorkommen. Aber ich weiß nicht, ob das auch vielleicht in anderen Bereichen vorkommen kann. Jedenfalls gab es da auch coole Sachen als Belohnung. Viele Leute waren dabei. Hat echt Spaß gemacht, diese Weltenherausforderung. Vor allen Dingen, ihr seht, ich blende komplett durch. Ihr seht das oben an der Liste. Ich habe eigentlich alles durch. Ich habe sogar angefangen, alle Dungeons zu machen. Da fehlen mir nicht mehr viele. Ich würde euch jetzt einfach mal alleine lassen mit dem Footage. Macht das auf groß und dann seht ihr einmal, wie diese Weltenherausforderung abläuft. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, extrem über ein Like auf dem Video. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr mal unten in den Kommentaren schreibt, wie ihr Diablo 4 findet. Ich hatte ja schon ein Meinungsvideo, ich verlinke euch das mal hier oben, geteilt. Ich bin ja extremer Fan von Diablo 4, von der Beta zumindest. Ich weiß ja nicht, was da noch auf uns zukommt. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Natürlich nur, wenn es auch richtig geile Belohnungen dafür gibt. Aber da gehe ich mir stark von aus, oder? Tötet Gegner. Ja, easy. Haben wir alle, oder? Getötete Diener. Jetzt kommen ja noch so krasse Diener. Hä? Ich kann ihn nicht angreifen. Ah, da ist er. Ah, erstmal die hier. Alter, hat der viel Leben. Da muss man ja echt mit allen drauf gehen. Aber nice. Stufe 30. Aber das macht natürlich Bock, ne? Mit so vielen Kollegen. Guck mal, wie der runterrattert. Geil. Nee, ist er. Oha, oha. Aber guck mal, wie der runterrattert. Geil. Ihm. Hier. 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 Das macht Spaß. Wieder so ein Vieh? Wir haben erst einen Diener. Ganz schön langes Event, ne? Guck mal, da ist Zeit vorbei. Was ist jetzt? Getötet. Findet den Anführer. Ja? Der sieht aus wie ein Anführer. Tötet den Anführer innerhalb von 2 Minuten. Guck mal, wie wir... Oh mein Gott, machen wir hier viel Schaden. Wir sind 5 Level tiefer. Keine Ahnung, wer den Schaden macht, aber fühle ich. Blutbischof. Was? Kopfschutz. Let's go. Beherrschung. Abgeschlossen. Zone-Ereignis abgeschlossen. Die versammelten Legionen. Die versammelten Legionen. Untertitelung des ZDF, 2020